Moin Sabrina hier, die Pius Company verlost eine 15 Euro eShop Karte. Krasne, wie du gewinnen kannst? Du musst nur das Lösungswort ins Google Formular eintragen, welches in der Videobeschreibung verlinkt ist. Welches Lösungswort fragste, das erfährst du jeden Adventssonntag im Verlauf des Videos. Halt also die Augen nach jeweils zwei Buchstaben auf. Vielleicht hast du ja mehr Glück als im Lotto spielen und gewinnst. Und jetzt viel saß mit dem Video. Hey Toads und willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns auf der Milchakritikseite, wo alle Presseleute und auch alle anderen Leute Spiele bewerten können. Schauen wir uns heute die drei schlechtesten Nintendo Switch Games aller Zeiten an. Los geht's. Auf dem dritten Platz haben wir Tennis. Ja, Tennis. Was ein toller Game-Name. So kreativ. Wenn man sich schon mal mit dem Game-Name absolut keine Mühe gibt, kann das Game ja auch nicht so gut sein, oder? Nun ja, ein Nintendo-Trailer, der jetzt hier läuft, weil ich einfach absolut kein Gameplay auf YouTube gefunden habe, sieht das Game gar nicht mal so schlecht aus, oder? Klar, die Grafik ist jetzt nicht so krass, aber es soll ja auch einfach nur Tennis sein. Die Kritikpunkte von der Fachpresse sind, dass es einfach kaum Modi gibt, die irgendwie Spaß machen würden und die nervige Sprachausgabe der Charaktere, die sich ununterbrochen wiederholt. Eine nette Sache ist, dass es sogar Bewegungssteuern gibt. Uuuuuh. Trotzdem ist es mit 28 von 100 Punkten auf Platz 3 der schlechtesten Switch Games aller Zeiten. Kommen wir zum zweiten Platz. Auf dem zweiten Platz haben wir ein Party-Game namens Awkward. Als ich nach Infos zum Game gesucht habe, kam Google erstmal auf die Idee, es ins Deutsche zu übersetzen. Leute, da wir ein sehr almanischer Kanal sind, nennen wir das Game jetzt auf Deutsch und da heißt es Peinlich. Okay? Nein? Machen wir trotzdem. Das Game Peinlich soll man übrigens laut der eigenen Nintendo-Seite nur auf eigene Gefahr spielen. Aha. Naja, immerhin sind die ehrlich, ne? Ihr fragt euch jetzt, was macht man denn jetzt in Peinlich, Pius? Erzähl doch mal. Gut. In Peinlich bekommt man Streitfragen, Beziehungsfragen oder schreckliche Dilemmas gestellt. Oh mein Gott. Was für eine Beziehungsfrage es sein könnte? Äh, zum Beispiel die. Hast du jemals mit einem Ex-Partner weiter zusammengelebt, nachdem ihr getrennt wart? Oder auch die. Was gefällt dir an deinem Partner besser? Das Gesicht oder der Körper? Ah ja, was ist das für eine Frage? Ähm, da gehen wir mal nicht weiter drauf ein. Nein, okay. Gut, was sind denn die Kritikpunkte der Fachpresse? Ähm, was? Genau das? Achso. Langweilige und komische Fragen. Das kann ich gar nicht verstehen. Nein, nein, nein. Also das sind doch wirklich gute Fragen für Partyrunden. Also keine Ahnung, warum das Spiel so schlecht bewertet wird. Kommen wir nun zum ersten Platz, Leute. Das schlechteste Game laut Metakritik im Nintendo Switch eShop ist Room in the Night Sky. Dieses Game erschien kurz nach dem Switch-Launch und hat sich gleich einen guten Namen gemacht. Aber was macht man überhaupt in dem Spiel? In diesem Spiel steuert man eine Hexe auf ein Motorrad. Ja, richtig, Motorrad. Fliegender Besen war wohl ausverkauft. Ziel ist es in den Sarge und schreibe 8 Level, alle Sternringe einzusammeln, damit sich ein Tor öffnet und das Level beendet ist. Ein Level dauert ungefähr eine Minute. Bei 8 Level, ich bin jetzt nicht so gut in Mathe, ähm, 8x1, äh, da wären wir nach 8 Minuten durch. Aber Leute, da hatten die Entwickler eine gute Idee, es irgendwie zu strecken. Und zwar muss man, um die Hinterleve freizuschalten, ein bestimmtes Motorrad mit Sternstaub gekauft haben. Diesen Sternstaub findet man an jedem Level. Und man braucht wirklich viel Sternstaub, um alle Motorräder freizuschalten. Das kann lange dauern. Klingt irgendwie auch nach einem Mobile Game, oder? Ist es aber nicht. Kostet 9 Euro im eShop. Leute, das müsst ihr gespielt haben. Also falls ihr beim Spielen einschlafen wollt jedenfalls. Und ja Leute, das waren nun die drei schlechtesten Interluss-Switch-Games laut Metakritik. Stand November 2019. Aber ob sich da nochmal was ändert? Kommen wir jetzt nochmal zu einer Community-Frage. Und zwar habe ich euch auf Twitter gefragt, welches Switch-Game ihr als Fehlkauf beziehen würdet. Folgt mir gerne auf Twitter oder kommt auf meinen Discord-Server. Alle Links in der Videobeschreibung. Die 100 Antworten habe ich dann ausgewertet. Und jetzt haben wir zwei Sieger. Mit jeweils sechs Stimmen liegen Arms und Super Mario Party auf dem ersten Platz. Glückwunsch! Beide Platzierungen kann ich verstehen. Sowohl Arms als auch Super Mario Party boten für den Vollpreis nicht allzu viel. Gerade Super Mario Party. Vier Spielbretter. Ist das deren Ernst? Das ist die geringste Anzahl an Spielbretter ever. Und nun Leute, sind wir am Ende des Videos angekommen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne das Video liken. Das würde mich freuen und den Kanal und das Video unterstützen. Falls ihr neu seid, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr kein Video verpassen tut. Bis zum nächsten Mal und einen schönen ersten Advent euch!